Nun haben wir diese Sendung mit einem Bild von der traurigen Hertha begonnen. Beenden wollen wir sie mit der fröhlichen Hertha. Auch das gibt's heute. Und das hier ist sie. Hertha, so heißt das kleine Eisbärchen. Seit heute ganz offiziell. Und eins ist mal klar, ein Stadion braucht die nicht. Und einen Ball hat sie ja schon. Dit isse. Die neue Dame Hertha, ganz frisch vom Sponsor getauft. Die 5300 Namensvorschläge, die da vorher beim Tierpark eingegangen waren, fanden keine Gnade. Auch nicht der Lieblingsname vom Tierparkdirektor. Mein persönlicher Name war Moppelchen. Aber das spielt ja keine Rolle. Stimmt. Ebenso wenig wie die schönen Namen. Gerade gestern habe ich Missy-Bissy bekommen. Aber wir haben auch Zuckerschnute und Zitroneneis als Vorschlag bekommen. Es gibt so viele schöne Namen. Wie hätten Sie den genannt? Fredoline oder keine Ahnung. Wie heißt denn der? Akira. Und wie würden Sie den Eisbären nennen? Akira. Wie ich den Eisbären genannt hätte. Edwin hätte ich ihn genannt. Aber es ist doch ein Mädchen. Ja, aber trotzdem auch ein schöner Mädchenname. Hm. Edwin ist es aber nicht geworden. Keine Fredoline, kein Akira. So könnte man aber das neue Maskottchen vom Tierpark nennen. Der Sponsor Hertha BSC durfte allein über den Namen für das Bärchen entscheiden. Und wie es so ist. Manchmal hat jemand im näheren Umfeld der Mannschaft einen richtig guten Einfall. Die eigentliche Idee war von meiner Frau. Die hatte von diesem Wettbewerb gelesen. Und dann habe ich das bei uns in den Verein getragen. Große Begeisterung ausgelöst. Und wir haben dann innerhalb von 24 Stunden ein Bewerbungsvideo gedreht. Um uns mit unserem Namen Hertha, der ja ein weiblicher Vorname ist, um die Patenschaft zu bewerben. Tolle Idee. Wobei nicht jede Mutter schon gar nicht Bärenmutter Tonja Mädchenfußball gut findet. Hertha aber gefiel das Taufgeschenk. Und sie überraschte mit viel Leidenschaft und Spielfreude beim Dribbling. Mit hochklassigem Ballbesitz begeisterte sie die Zuschauer in ihrem eigenen neuen Stadion. Beim ersten Spiel zeigte sie großes Talent und kickte den Ball mit viel Gefühl und absoluter Treffsicherheit ins Aus. Vielleicht ist Hertha ja doch der richtige Name für solch ein Talent. Eisbären und Hertha BSC machen jetzt also gemeinsam Werbung für sich und Berlin. Und das sagen die Fans vom Fußballverein um die Ecke dazu. Nicht Hertha. Warum Hertha nicht? Weil ich Union-Fan bin. Ah, gäbe es da denn auch einen Namen, der für Union-Fans gut wäre? Nö. Dazu muss man sich einfach bewerben. Das ist einfach so, Hertha hat sich beworben mit einem ganz tollen Video. Auch andere haben sich beworben und es können immer nur die werden sich auch bewerben. Dann darf man sich nachher nicht beklagen, wenn man sich nicht beworben hat, dass man es nicht geworden ist. Nee. Und Hertha-Fans gibt es jetzt ja auch im Tierpark. Finde ich ganz toll. Super, 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 ganz toller Name. Weil Sie auch Fußballfan sind? Nee, das gar nicht. Aber ich finde, das gehört zu Berlin. Und dann, dass der Bär so heißt, super. Aber Hertha finde ich ganz fantastisch. Warum? Nur weil es ein Name ist, der jedem eigentlich in die Seele geht und den jeder versteht. Wie viel Geld nun von Hertha BSC dafür an den Tierpark geflossen ist, damit das Bärchen jetzt nicht Moppelchen oder Zitroneneis heißt, bleibt erst mal geheim. Vielen Dank. Vielen Dank.